Herzlich willkommen zum Baustellenvideo. Wie offensichtlich zu erkennen sind wir wieder mal am Technikgebäude und hier geht es weiter mit Versorgungsleitungen, die wir zwar noch nicht sehen, aber die Markierungen dazu. Und außerdem wird hier für die U-Bahn an der Hebrunner Stase mit großem Gerät weitergearbeitet. So, wie auf der Hebrunner Stase und hier auf der Hebrunner Stase mit großem Gerät und hier auf der Hebrunner Stase und hier auf der Hebrunner Stase Vielen Dank. 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 Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.